moin herzlich willkommen zurück zu einer weiteren folge let's play alles 17 nordfriesische marsch vierfach map immer noch version 1 9 ohne gräben was machen wir wir sind am aussäen und wir sind hier gerade dabei eine kleine überführung zu machen feld 19 ist fertig gesät auf feld 26 sind wir dabei und wir bringen gerade noch eine zweite sehmaschine zu feld 26 sowie zwei überladewagen muss man eben gucken warum hier der eine helfer nicht nachkommt warum der ruckelt ok ok der hatte das frontgewicht unten natürlich dann do warten wir noch mal eben darauf dass der kommt dann können wir jetzt weiterfahren wie gesagt feld 26 will ich mit zwei maschinen sehen einfach mal um zu sehen wie das geht und dafür bringen wir jetzt gerade zwei überladewagen rüber und die sehmaschine die zweite ist ja wieder nicht voll geworden wieso habe ich denn das wieder nicht voll gemacht hier ich hatte doch noch mehr im lager also komisch was auch immer ich da gemacht habe so die ganze flotte die platziere ich hier vorne fahr ich jetzt hier erst mal ganz unverfroren über das gras feld sowas von unverfroren aussteigen einmal hier einsteigen jetzt hier hinten zu meiner zweiten sehmaschine die ich dann auffüllen kann follow me raus machen vom Den richtigen Kurs reinbringen und der 8530 ist auch schon wieder leer. In der Zwischenzeit schon mal unsere Saatmaschine, unsere Sämaschine ausklappen, ja jetzt klappt sie wieder zu, ist klar. Habe ich jetzt auch nicht aufgepasst. So, den müssen wir wieder voll machen. Der Überladewagen war ja leider vorher leer, deshalb konnte ich den nicht ganz voll machen. Das hat ja jetzt mal gerade etwas, ja ungefähr eine Bahn nur geschafft. Dann aber auch hier von den kurzen Bahnen. So, so 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 weiter geht es hier weiter geht es hier naja, da vorne wird es dann Probleme beim Vorgewende geben am Deich. Dann versuchen wir auf dem Deich hochzufahren und wieder durchdrehende Reifen haben. Aber so ist das. was macht der andere hier auf? ist doch gut. Das soll er ja auch. Hier machen wir es nochmal eben schön. Wenn ich jetzt, bin jetzt hier auf Feld 16. ja ja, das Feld besitze ich vielleicht nicht, aber das Feld hier besitze ich. so 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 ich glaube, danach bringe ich den hier dann auch zurück zum Hof. Ich fahre mit dem jetzt nicht hier noch quer über die ganzen Felder. So viele Felder sind hier, aber ich bin jetzt hier jetzt hier noch quer über die ganzen Felder. So viele Felder sind hier noch hier. sind es ja nicht mehr. Also klar sind es noch irgendwie sieben Felder, die ich ansehen muss. Glaube ich sieben. Aber dafür fahre ich mit dem hier nicht über die ganze Karte. so 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 damit fahren wir jetzt wieder zum Hof und fertig. Achso, ich wollte gucken, welche Felder denn noch zu machen sind. Ja, wie ich sagte, sieben Felder sind dann noch zu machen. Fünf, sechs, sieben, acht, neun, zwölf und das ehemalige Grasfeld. So, und der hier fährt schon wieder im Kreis. Wetten? Na sag ich doch. Bei der Gelegenheit kann ich dann auch hier gleich die Ecke noch eben schön machen. Wenn die Saatmaschine an wäre. Und abgesenkt. da da brauche ich dann hier auch nicht weiter quer über die ganze Karte fahren. fünf, sechs, sieben und so, die fange ich gleich an mit mit dem, die auf Feld 41 stehen. und die anderen mache ich dann gleich, wenn Feld 26 fertig ist. da 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 in diesem Sinne sage ich jetzt erstmal ciao da 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 da